Ja Freunde, das bin ich. Das ist das Gesicht eines Gewinners. Ich weiß, man kann mich sehr leicht mit ihm verwechseln oder auch mit ihm. Ich kann es verstehen. Und wenn ich lache, auch mit dem. Aber heute ist mir leider nicht zum Lachen zumuten. Denn heute, meine Freunde, ist ein wahrhaftig monumentaler Tag. Es gibt ein Video auf dem Grusilla Channel. Ich will das viele heute ein bisschen extra smooth machen. Deswegen habe ich noch ein bisschen fresh. Naja, fresh ist es leider nicht. Das ist sehr alt. Ich habe noch ein bisschen alte Videos gehabt vom Trials Solo Queue. Deswegen gibt es heute noch mal einen schönen Highlight. Und ab Mittwoch, meine Süßen, kommt was ganz abgehoben ist online. Und zwar eine schöne alte Review. Howdy allerseits. Mehr Mock. Man. So sehen die meisten Spiele aus, Freunde. Wenn die Gegner average sind, seine Teammates relativ scheiße. Dann holt man das Meister alleine raus. Das ist aber ganz und gar nicht die Regel. Das ist eher in den seltensten Fällen die Ausnahme. Zu 90 Prozent sehen fast alle Spiele so aus. What the fuck. What the fuck, man. Ach man, warum trifft man dreckigen irgendwelchen Affen in deinem dummen Gesicht? Ja, obwohl. Digga, da hinten ist das scheiß offen. Push rein. Ach man. Ich denke, ihr fühlt mein Leid. Ich muss mir irgendwas an. Ich muss irgendwie Spotify einbinden. Vernünftig. Ich habe so eine easy going online App gesucht, aber die funktioniert scheiße. Zehn Minuten funktioniert. Tja, Junge. Setzchen. In the West shall rise. Feig. Er dachte, ich bin doof. Er dachte, ich wäre eine Klette. Aber ich bin eine Pflanze, die Insekten frisst. Fuck, der Belly geht wieder. Schelle links. Tja, Junge. Ich bin der gemachte Mann. Sie ist heute wieder extrem nice, aber ich fühle mich heute auch extrem gut, Digga. Ich könnte so diesen Snoop Dogg-Dance machen. Weißt du, diesen... Verstehst, was ich meine? Einfach auf. So gut fühle ich mich. Das kann ekelhaft werden. Kontrollers, Spieler, save. Bruder, Kaval Moris, warum machst du so? Also guckt euch diesen Teamausgleich an. Ich weiß nicht, wie die sind. Wir sind wahrscheinlich nicht... Aber wenn ich alles angucke, was die besitzen und womit die spielen, sind die zwei in meinem Team safe, die schlechteren von den dreien. Wenn ich vergleiche, was die alles anhaben. Nur wenn ich danach gucke. Okay? Ban-Pool-Stream bald. Ich muss mir den perfekten Strip-Tanga noch kaufen. Mit deiner Vex-Mythos-Scheiß, Digga. Das wird ekelerregend, das Fuck. Oh, Bruder, mit deiner Vex-Uhrensohn. Ach, du bist doch ein Haufen Scheiße, Digga. Oh, diese Vex-Mythos-Class-Spieler. Das sind einfach welche No-Hands, Bruder, die um die Ecke sprain. Weil mischen sich mit ihren hässlichen Nasen immer wieder in irgendwelchen Sachen ein, wo sie nichts zu suchen haben. Ja, Bruder, du bist nicht Frostbord. Das kann ich dir sagen. Ich wusste, dass der Run an irgendwelchen Rollstuhlfahrern enden wird. No Disrespect an Rollstuhlfahrern. Komm, Bruder, pack der den Scheiß. Peach-Lex, Digga. Das war meine, Digga. Der muss ja nichts machen mit dieser Vex. Ah, Fick doch deine Vex. Und der ist dann natürlich auch noch höher, ne? Das fetzt natürlich dann noch mehr rein. Ah, Jesus, deine Mutter. Ich muss ja abhauen, Digga. Ich spüre völlig, wie die mir im Arschloch kleben. Okay, ich muss auf den Orb aufpassen, Digga. Dann kann man es vielleicht noch schaffen. Hatte ich nicht volles Leben? Hatte ich gerade nicht volles Leben noch? Wie hat er mich gekillt? Dieser Melee kann doch nicht so stark sein, oder? Vala Bilaj hat volles Leben. Vielleicht habe ich ein kleines Tröpfchen in dein Leben verloren. Das ist aber das höchste der Gefühle. Der hat mit der Pump plus Melee... Bruder, was für ein Digga. Ich hätte doch noch Save mehr als Schild. Schild.